hallo liebe freunde und es wird zeit für ein video ich bin heute hier im jedermanns bei meinem kumpel björn hallo björn wir halten abstand und warum ich heute hier bin ist eigentlich ganz einfach björn betreibt nicht nur das jedermanns in neustadt sondern auch frittenhimmel und zwar landwehr beste frittenbude in neustadt und ab sofort björn magst du sagen welche geilen produkte du da einsetzt demnächst ja smoking peat wird es bei uns auf den bürgern geben also die geilen soßen von peter jetzt in zukunft bei uns auf den bürgern genauso und da freue ich mich riesig dass er unsere soßen so gut ankommen und es gibt die geilen barbecue soße und alles jetzt beim frittenhimmel in neustadt demnächst auf den bürgern das war's wir wünschen euch was tschüss